Aus der Menge Bibel von 1928 Der Brief des Apostels Paulus an die Philipper Wir, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, entbieten allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, sowie auch den dortigen Vorstehern und Dienern unseren Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freudigkeit bete, wegen der Anteilnahme, die ihr an der Heilsbotschaft vom ersten Tage an bis heute betätigt habt. Ich hege eben darum auch die feste Zuversicht, dass der, welcher ein so gutes Werk in euch angefangen hat, es auch bis zum Tage der Wiederkunft Jesu Christi vollenden wird. Es ist ja doch nur recht und billig für mich, diese gute Meinung von euch allen zu hegen. Denn ich halte die Erinnerung an euch in meinem Herzen fest, da ihr allesamt sowohl in meiner Gefangenschaft als auch bei der Verteidigung und Bezeugung der Heilsbotschaft mitgenossen des mir verliehenen Gnadenamtes seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich mit der innigen Liebe Christi Jesu nach euch allen sehne. Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe, je länger, je mehr reich werde an klarer Erkenntnis und allem Feingefühl zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei, damit ihr für den Tag der Wiederkunft Christi lauter und unanstößig seid, ausgestattet mit einer Fülle von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwachsen, zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Ich möchte euch nun wissen lassen, liebe Brüder, dass die Lage, in der ich mich hier befinde, eher zur Förderung der Heilsverkündigung gedient hat. Es ist nämlich bei der ganzen kaiserlichen Leibwache und sonst überall bekannt geworden, dass ich um Christi willen in Gefangenschaft bin. So haben denn die meisten Brüder in dem Herrn durch meine Gefangenschaft neue Zuversicht gewonnen und wagen deshalb mit wachsender Furchtlosigkeit das Wort Gottes zu verkündigen. Einige freilich predigen Christus auch aus Neid und Streitsucht, manche aber doch auch in guter Absicht. Die einen aus Liebe zu mir, da sie wissen, dass ich zur Verteidigung der Heilsbotschaft berufen bin. Die anderen, die es aus Selbstsucht tun, verkündigen Christus nicht in lauterer Absicht, sondern in der Meinung, mir zu meiner Gefangenschaft noch Kummer zu verursachen. Doch was tut's? Wird doch in jedem Fall mit oder ohne Hintergedanken Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch ferner hin freuen. Ich weiß ja, dass meine gegenwärtige Lage mir durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi zum Heil ausschlagen wird. Wie ich überhaupt die feste Erwartung und freudige Hoffnung hege, dass ich in keiner Beziehung beschämt dastehen werde, sondern dass ganz offensichtlich, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leibe verherrlicht werden wird, es sei durch mein Weiterleben oder durch meinen Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und darum ist Sterben für mich Gewinn. Wenn aber mein Weiterleben ein leibliches Leben ist, so bedeutet das für mich Fruchtbringen durch Arbeit und so weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich nämlich nach beiden Seiten gezogen. Ich habe Lust abzuscheiden und mit Christus vereint zu sein. Das wäre ja doch auch weitaus das Beste für mich. Indessen, dass ich leiblich weiterlebe, ist um euret Willen nötiger. Und so weiß ich mit voller Zuversicht, dass ich am Leben bleiben und euch allen erhalten bleiben werde, euch zur Förderung und zur Freudigkeit im Glauben, damit ihr noch weit mehr Grund habet, euch meiner in Christus Jesus zu rühmen, wenn ich noch einmal zu euch komme. Nur führet euren Wandel in der Gemeinde so, wie es der Heilsbotschaft Christi würdig ist. Denn ich möchte, falls ich kommen sollte, an euch sehen oder falls ich fernbleibe von euch vernehmen, dass ihr in einem Geist feststeht, in dem ihr einmütig wie ein Mann für den Glauben an die Heilsbotschaft kämpft und euch in keiner Beziehung von den Widersachern einschüchtern lasst. Das ist dann für sie ein Hinweis auf ihr Verderben, für euch aber auf eure Rettung, und zwar ein Hinweis von Seiten Gottes. Denn euch ist in eurem Christenstande die Gnade Gottes zuteil geworden, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, indem ihr denselben Leidenskampf zu bestehen habt, den ihr vor dem bei mir gesehen habt und von dem ihr jetzt bei mir hört. Wenn darum eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, wenn ein liebevoller Zuspruch, wenn Gemeinschaft des Geistes, wenn herzliche Liebe und Mitgefühl etwas gelten, so machet meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr dieselbe Liebe hegt und einmütig dem gleichen Ziel zustrebt. Tut nichts aus Selbstsucht oder aus eitlem Ehrgeiz, sondern achtet in Demut einer den anderen höher als sich selbst, jeder habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Eine solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie in Christus Jesus auch vorhanden war. Denn obgleich er in göttlicher Gestalt war, sah er doch die Gottgleichheit nicht als einen festzuhaltenden Besitz an, sondern entäußerte sich selbst seiner Herrlichkeit, indem er Knechtsgestalt annahm und in seiner äußeren Erscheinung dem Menschen gleich ward und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch so hoch erhöht und ihm einen Namen verliehen, der höher ist als jeder andere Name, damit in dem Namen Jesu sich die Knie aller derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Wahrheit macht frei. Wenn es nicht frei macht, dann ist es der falsche Weg. Wer der Lüge Glauben schenkt, der verliert die Wahrheit und sein Leben. Sei wachsam und lass dich nicht verführen. Gehe den geraden Weg nicht zurück, wenn du zweifelst. Dein Rat ist wertvoller als Gold. Vielen Dank. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de